News und Talks für Gebildete. Ja, warum ist die postkapitalistische Gesellschaft die allereinzige Chance für die Menschheit, für die Erde, für den Planeten oder beziehungsweise für das menschliche Überleben auf dem Planeten und so weiter. Schauen wir es uns doch einfach mal an und wiederholen das einfach nochmal in der modernsten Form. Also wir müssen uns klar sein, hier das ist die Doppelhelixstruktur der Desoxyribonucleinsäure oder DNA, des Oxyribonuclein-Acid. Also die DNS ist quasi der Informationsspeicher für den stofflichen Aufbau des Körpers sozusagen. Und dieses Ganze rund um die DNS, wie wir schon oft gezeigt haben, ist darauf angelegt, möglichst Ungleichheit zu erzeugen. Also das heißt, möglichst jedes Lebewesen anders zu machen als das andere, damit die Selektion einen Angriffspunkt hat und damit sozusagen sich verschiedenartige Lebewesen sozusagen optimal an verschiedene ökologische Nischen anpassen können und so weiter. Also das heißt, wir haben im stofflichen Bereich einen Ungleichheitsgenerator sozusagen. Und die große neue Entdeckung, die dann also die zweiten Scientists for Future 2, die neuen Galilees beendet haben oder fertiggestellt haben, ist, dass wir einen Ungleichheits- und Verschiedenartigkeitsgenerator auch im Gehirn haben. Dass unser Gehirn der zweite Informationsspeicher ist, also die DNS, die Chromosomen, das Genom, ist sozusagen der Ungleichheitsentwickler und Informationsspeicher Nummer 1 sozusagen. Und wir haben mit dem Gehirn einen zweiten Ungleichheitsentwickler und Informationsspeicher, nämlich den zweiten, den mimetischen Speicher. Deswegen sprechen wir ja auch von der korrigierten und kompletierten genetisch-mimetischen Evolutionstheorie, die von den zweiten Scientists for Future 2 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und wird sozusagen. Übrigens nur deswegen im Rahmen der zweiten Scientists for Future 2 vorgestellt wird, weil solche Innovationen heute überhaupt keinen Raum mehr haben. In der Durchschnittswissenschaft ist kein Raum für Spitzenwissenschaft. Da ist einfach kein Veröffentlichungsraum und so weiter. Überall wird durchschnittliches, aufsehenerregendes, aber inkompetentes veröffentlicht, aber nicht kompetentes. Das ist immer so gewesen. Und mehr denn je ist in der heutigen Durchschnittswissenschaft kein Platz für kompetente Leute. Und deswegen gibt es ja auch die zweiten Scientists for Future 2, den Weltrat der Weisen und so weiter, weil für bahnbrechend neue Erkenntnisse die Wissenschaft kein Platz mehr ist. Ja, dann sozusagen dieser zweite Informationsspeicher, also das Gehirn. Also noch einmal, wie produziert das Gehirn Verschiedenartigkeit? Denken wir nur an die stille Post, wenn wir etwas hören, jeder interpretiert das, was er gehört hat, etwas anders. Dadurch entstehen Mutationen oder Neukombinationen des mimetischen Materials, genauso wie im stofflichen Bereich des genetischen Materials sozusagen. Oder Sprachprobleme, jemand erzählt was, man versteht die Sprache nicht so richtig, interpretiert das anders und schon hat man einen anderen Memeplex aus einer erzählten Geschichte, wird also eine ganz andere Geschichte und so weiter. Und so ist auch das Gehirn ein Ungleichheits- und Verschiedenartigkeitsgenerator, aber zugleich eben auch ein Informationsspeicher. Ja, und ja, und dann schauen wir uns doch mal diese Generation von Ungleichheit an. Also, und diesmal machen wir das kombiniert mit dem Text. Hier ist also die Startseite der Homepage Rat der Weisen.net von den zweiten Scientists for Future 2. Hier scrollt man ein bisschen runter. Hier ist erstmal die grundsätzliche Erklärung, warum Postkapitalismus, warum die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL, für die, wie gesagt, auch in der Durchschnittswissenschaft der Erde im Moment kein Platz ist, weil Spitzenwissenschaft, wie gesagt, nicht veröffentlicht wird im Rahmen der Durchschnittswissenschaft, die ihr Niveau hält sozusagen, Durchschnitt, ja, und eben nicht keinen Platz hat für die Pioniere der Wissenschaft, na, dann zur naturwissenschaftlichen Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion, darunter könnte man dann die Hinführung lesen, aber ich fange einfach an, das Ernährungssystem diesmal mit dem Bild gemeinsam durchzuführen, ja. Also zum besseren Verständnis, der mimetisch, also jetzt geht es also um die Wurst, warum ist die postkapitalistische Gesellschaft, warum ist generell der Lösungsansatz, die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der zweiten Scientists for Future 2, die einzige Chance, die Fridays for Future, Greta Thunberg und die Menschheit und auch jeder Kritiker von Fridays for Future hat in der Welt. Es gibt nicht verschiedene Lösungen für die Rechten und für die Linken und für oben und für unten, sondern es gibt nur eine einzige Lösung, die aber eben nicht wie bei Rezo sozusagen hier niemand verlangt, dass ihr das verstehen müsst, sondern das ist im Rahmen der Demokratie ein Diskussionsangebot, ob ihr klug genug seid, das verstehen zu können und wenn ihr es halt nicht versteht, dann hat die Menschheit halt gelitten, dann war es das halt mit der Menschheit, mit der Lebensqualität der Menschheit. Ich glaube nicht, dass die Menschheit ausstirbt oder so, sondern die Menschheit, die Lebensqualität der Menschheit ist dann ein für allemal am Ende und ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Evolutionsschub Richtung Gehirngröße Evolution bekommen werden, wo wir in den letzten 40.000 Jahren angeblich schon 150 Milliliter unserer Gehirnsubstanz wieder verloren haben durch die neuerlichen Evolutionsrichtungen sozusagen. Also die Menschheit ist schon 150 Milliliter Gehirnsubstanz dümmer geworden und ob sie noch einmal irgendwann die Kurve zu einer intelligenten Lösung bekommt, steht stark zu bezweifeln. Also es könnte auch sein, dass wir hier gerade über die letzte Chance für die Menschheit reden. Ja, so, jetzt lese ich das mal nochmal vor. Zum besseren Verständnis der mimetisch-genetischen Evolution oder der biokulturellen Evolution oder auch der Genkultur-Koevolution und mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik, das ist ja sowieso das Haupt-Alleinstellungsmerkmal der zweiten Scientists for Future 2, die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik. Habt ihr noch nie gehört? Könnt ihr auch nie gehört haben, weil in der Durchschnittswissenschaft für Spitzenwissenschaft halt kein Platz ist. Also es ist nicht so, dass nicht einzelne von den zweiten Scientists for Future 2 versucht haben, das bei Nature oder bei Science veröffentlicht zu bekommen. Das ist nicht möglich. Dort herrscht Durchschnittswissenschaft und Sensationsheischerei, aber nicht wahrheitsorientiert halt. Das könnt ihr vergessen. Also Nature und Science, das sind Orte für Durchschnittswissenschaftler, aber nicht für die Spitzenwissenschaft. So, dann, also, zum Verständnis dieser mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik kann es helfen, sich bildlich zwei kleine Männchen unten ist Vergangenheit, oben wäre dann Zukunft vorzustellen oder auf einem großen Blatt Papier unten in der Mitte einzuzeichnen. Das haben wir hier jetzt links mal hingestellt. Also hier würde ich jetzt ein kleines Männchen einzeichnen, hier rechts ein Männchen mit einem großen Kopf und da mache ich ein W rein für Wahrheitsmem, also Wahrheitsideen, wahrhaftige Ideen. Und hier, nein, hier rechts für I, mache ich ein I rein für Irrtumsmem und hier links mache ich das Männchen, so ein kleines Strichmännchen und sozusagen mit einem großen Kopf und da schreibe ich ein W rein für Wahrheitsmem. Das links ist also ein Wahrheitsmem-Träger und hier rechts das Männchen, das wir uns gerade im Geiste gezeichnet haben, ist ein Irrtumsmem-Träger oder ein Irrtumsmem-Mutant, der andere ist ein Wahrheitsmem-Mutant sozusagen. Und das haben wir jetzt eingezeichnet im Geiste, dass eine Männchen unten, Mitte, rechts, denn hier ist alles leider seitenverkehrt bei den zweiten Scientists for Future 2, ich habe kein Bild gefunden, dass das seitenverkehrt möglich wäre. Also das eine Männchen unten, Mitte, rechts hat eingezeichnet im Kopf eine Irrtumsmem-Mutation. Das Männchen links unten, denn wir müssen es seitenverkehrt betrachten, das Männchen links unten, daneben hat in seinem Kopf an derselben Stelle eingezeichnet ein mutationsfreies Wahrheitsmem. Genau, man kann auch sagen, dass nur der Irrtumsmem-Träger die Mutante ist und der andere eigentlich sozusagen ein mutationsfreies Wahrheitsmem trägt. Ja, so, denn wir kommen aus einer Evolution der Wahrheit vor 400.000 Jahren und sind erst dann in die Evolution der Irrtumsmeme so richtig eingestiegen. Irrtumsmeme tauchen natürlich immer auf, genauso wie Punktmutationen und also genetische Variationen immer auftauchen, tauchen auch immer mimetische Variationen auf. Aber dass die Irrtümer Überhand nehmen, das geschieht nur in der sozialen Marktwirtschaft und nur im Kapitalismus sozusagen. Also Beispiel einer Professorin in der bekannten ARD-TV-Sendung Planet Wissen. In den großen Schlössern des Königreichs Frankreich tauchte irgendwann im letzten Jahrtausend ein Händler auf mit einer Irrtumsmeme-Mutation. Also hier das rechte Männchen, das taucht auf mit der Irrtumsmeme-Mutation. Er stand vor dem Problem, dass er es kaum schaffte, herrlich reife, kerngesunde Früchte in diesem vollreifen Zustand von weit her schnell genug heranzukarren, bevor sie verdorben waren. Er glaubte, dass gut konservierbare Süßigkeiten, Schokoladen und so weiter genauso kerngesund seien, das ist seine Irrtumsmeme-Mutation, und warb dementsprechend für seine Süßwaren. Also, der Irrtumsmeme-Träger glaubt ganz einfach, Zuckerwaren, die ja so ähnlich süß schmecken wie süße, herrliche, reife Früchte, seien genauso kerngesund wie die süßen, reifen Früchte, die direkt vom Baum man greift und direkt reinbeißt, sozusagen. Während hier dieser Wahrheitsmeme-Träger sozusagen diesen Irrtumsmeme nicht glaubt und deswegen nicht hingeht und diese Zuckerwaren verkauft, deswegen keine Geschäfte macht, immer nur ein Kind vielleicht ernähren kann, weil er nicht genug Umsatz macht und eventuell sogar ganz ausstirbt und mit ihm die Wahrheit ausstirbt. Oder wenn die Wahrheit noch überlebt, dann so als ganz kleines Rinsal. Ja, Zucker ist ungesund, während die große Gesellschaft sagt, Zucker ist ein wertvolles Lebensmittel und so weiter und die Leute alle bedenkenlos, fast jedes Lebensmittel in Deutschland ist mittlerweile gezuckert und so weiter. Ja, also weiter geht's mit dem Text. Nun hatten die Menschen in den Schlössern deswegen bald schwarze, faulige, eiternde Zähne und Kiefer, die derart nach Verwesung stanken, dass die Damen ihre Fächer bei den Festen in erster Linie wedelten, um den Verwesungsgestank nicht zu auffällig werden zu lassen. Ja, also das heißt hier, der Händler glaubt an sein Irrtum, verbreitet das, verkauft sozusagen viel, weil das viel billiger ist, Zuckerwaren anzuliefern als süße, reife Früchte anzuliefern sozusagen. Und deswegen kann er zwei Kinder ernähren, während der andere nur ein Kind ernähren konnte, wobei von den zwei Kindern eines ein schwarzes Schaf der Familie ist und sich der Wahrheit zuwendet und sagt, nein, diese Zuckerwaren, das mit den Zähnen, das hängt wohl irgendwo vielleicht doch mit unseren Zuckerwaren zusammen. Und dann macht er dieses Geschäft nicht und seine Linie stirbt dann aber auch aus irgendwann oder bleibt ein Rinnsal, weil sozusagen damit kein Geschäft zu machen. Aber das ist der richtige Tochter oder der richtige Sohn und die richtige Filius oder die richtige Filia und die begründen die richtigen Filialen und verkaufen auf Teufel komm raus Zuckerwaren. Und die Menschen werden ja mittlerweile auch schon zuckersüchtig. Und dann kann dieses Kind, diese Filia oder dieser Filius kann mit ihrer Filiale sozusagen drei Kinder ernähren. Und schon breiten sich mit diesen drei Kindern sozusagen diese Irrtumsmeme aus, dieses Irrtumsmeme aus, ja. Und ja, und offensichtlich war den Menschen der Zusammenhang mit den Süßigkeiten nicht richtig bewusst. Später wurde dann die Zahnbürste erfunden, um wenigstens die auffälligsten Folgen der schädlichen Nahrung etwas zu verstecken, anstatt zum Beispiel die gesunden Früchte vor Ort in Gewächshäusern anzubauen. Das heißt also, die Menschen sozusagen, ja, es ist ja heute noch so, wenn man den Menschen sagt, ja, isst doch mal ein paar Kilo Zuckerwaren und so weiter und putzt dir die Zähne nicht, dann weiß doch eigentlich jeder, dass dann die Zähne kaputt gehen. Und die Frage ist doch eigentlich ganz einfach, wenn schon die Zähne, also der erste Akt, wenn schon beim In-den-Mund-Stecken schon die Zähne verfaulen, wenn ich das nicht durch die Zuckerwaren, was zerstören die wohl im Rest des Körpers? Danach kommt die Speiseröhre, danach kommt der Magen, dann kommt der Darm und so weiter. Und was zerstören die dann dort? Und später kommt das Blut und was zerstören die Zuckerwaren im Blut und so weiter? Und ja, aber diese Frage stellt sich niemand, weil nämlich diese Irrtumsmem-Träger natürlich alle dafür sorgen, mit ihrer riesigen Werbemacht und mit ihrem riesigen Werbeetat dafür sorgen, dass solche Fragen nie gestellt werden und nirgends in der Gesellschaft gestellt werden dürfen, denn das Geld regiert die Welt im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft. So, und jetzt, also hier waren wir gewesen, auf jeden Fall verkaufte diese Händlerin hier mit den drei Kindern, und die drei Händler, die drei Kinder, diese verkaufen immer mehr Süßigkeiten, heute sind unsere halben Supermärkte voll von Waren mit Zuckerzusatz und hinterließ mit seiner Irrtumsmem-Mutation viele Kinder, die wir über ihm geistig einzeichnen. Also eigentlich müssten wir hier jeweils dann so kleine Strichmännchen mit einem I im Kopf einzeichnen. Also hier haben wir die drei und dann bekommt zum Beispiel hier, dieses Kind kann wieder zwei Kinder ernähren, ja, und dann müssten wir die wieder einmalen und die sind alle Irrtumsmem-Träger sozusagen. Ein schwarzes Schaf sehe ich hier jetzt nicht mehr, das sich also der Wahrheit zuwendet, sondern die sind stramm, also sozusagen Irrtumsmem-Gläubiger und so und hier wieder neue Generationen und so weiter und hier wieder Kinder und so weiter und überall müssten wir kleine Männchen einzahlen, einzeichnen, die mit riesigem Werbeetamen und mit riesigem Geld, das die Welt regiert, Geld regiert die Welt sozusagen in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, uns allen einbläuen, dass diese krankmachenden Zuckerwaren ja wunderbar sein und völlig okay sein und dass man von Nutella ein guter Sportler wird und so weiter. Also sozusagen wir werden überhäuft in der ganzen Welt durch riesige Milliardenbeträge gepowerter Werbung für gezuckerte Waren sozusagen. Fast Food, da ist ja auch viel Zucker dabei, Zuckergetränke und so weiter. Ja, Ja, von diesen Kindern, die wir einzeichnen, waren alle von den schwarzen Schafen der Familie abgesehen wiederum Träger des Irrtumsmemes. Ja, das habe ich ja eben beschrieben. Hier hatte ich ja ein schwarzes Schaf. Hier dieses Kind war ja ein schwarzes Schaf, hat sich also mit der Wahrheit beschäftigt. Während hier von dem Wahrheitsträger könnte man noch, aber diese Skizze gibt das nicht her, kann es natürlich auch sein, dass dann schwarze Schafe der Familie sich dem Geld, dem großen Geld zuwenden und Irrtumsmementräger werden und einfach Geschäfte machen. Aber so, der Händler mitten und unten links, also wir müssen ja immer umdrehen, der Händler mitten und unten links, ohne diese Irrtumsmemem-Mutation, mit seinen Wahrheitsmemen, konnte den Süßigkeiten zuverdienst nicht erzielen, konnte weniger Kinder, hier nur ein Kind ernähren sozusagen, die wir über ihm einzeichnen. Von diesen wenigen Kindern sind die meisten Wahrheitsmementräger, nur die dortigen schwarzen Schafe der Familie werden infiziert vom Irrtumsmem, vielleicht im Rahmen einer Ausbildung beim reichen Händler hier rechts. Nur, dass wir hier keine Skizze haben dafür, dass es auch schwarze Schafe geben könnte, die sich dann den Irrtumsmemen zuwenden. Das müssen wir uns jetzt halt denken. Diese Skizze gibt das leider nicht her. Schüler, die einen Händler zwecks Ausbildung suchen, entscheiden sich mehrheitlich für den reichen Irrtumsmem-Mutanten rechts, also für diesen Strom. Da gehen die meisten Schüler hin, die ein, oder Azubis sozusagen, weil sie dort das große Geld wittern, zu Recht, ne, und entscheiden sich also mehrheitlich für den reichen Irrtumsmem-Mutanten rechts und nicht für den armen Schlucker links. Also für diesen armen Schluckerweg entscheidet sich niemand. Und dadurch, sodass wir hier rechts viele Schüler als mimetische Kinder oben dazu zeichnen und rechts nur wenige. Also sagen wir mal, diese zwei Kinder zum Beispiel seien leibliche Kinder des Irrtumsmem-Trägers und das sei ein geistiges Kind, also ein mimetisches Kind, also ein Azubi oder Schüler, der die Tradition des Handels mit Zuckerwaren weiterführt sozusagen oder mit gezuckerter Nahrung weiterführt. So, links ist die Zahl aller mimetischen und genetischen Kinder viel kleiner, stirbt sogar vielleicht aus. Jetzt zeichnen wir diesen Baum von unten her immer weiter bis ins Jahr 2200. Dann sehen wir links, also rechts ganz oben im Baum Millionen Männchen. Also das, wenn wir das immer weiter zeichnen würden, würden wir dann also hier weiter oben Millionen Männchen mit dem Irrtumsmem. Zucker ist ein gutes Nahrungsmittel und gezuckerte Waren sind kerngesund. Ja, mit diesen Irrtumsmem würden wir Millionen und Abermillionen, Milliarden Lebewesen im Ernährungsbereich sehen, die alle die Propaganda verbreiten. Ja, so gezuckerte Waren sind wertvolle Nahrungsmittel. Und links sehen wir fast kein Männchen mehr mit dem Wahrheitsmem am gleichen Memort im Gehirn. Und jetzt sollten Sie sich vorstellen, was das bedeutet, wenn Sie die Möglichkeit von Tausenden von Irrtumsmemen bedenken, von denen jedes Einzelne sich millionenfach ausgebreitet hat und wie eine Epidemie Milliarden Gehirne infiziert hat. Also wir haben jetzt ein einziges Irrtumsmem angesprochen, das Zucker-Irrtumsmem sozusagen. Aber im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft haben wir Millionen solcher Irrtumsmeme, solcher gewinnbringenden Irrtumsmeme und Irrtumsmemplexe. Und die breiten sich genauso, breiten sich unter Bedingungen der weltweiten sozialen Marktwirtschaft beziehungsweise des weltweiten Kapitalismus, breiten sich diese Irrtumsmeme immer über die gesamte Welt aus und vergiften und verseuchen, infizieren wie so eine Art Virusmeme sozusagen die gesamte Welt sozusagen geistig. Und die Wahrheitsmeme sterben immer mehr aus und wir leben in einer Welt der ausgestorbenen Wahrheiten und der weit verbreiteten, auch in der Wissenschaft weit verbreiteten Irrtumsmeme sozusagen. Und das ist soziale Marktwirtschaft und Kapitalismus und da hat die Menschheit keine Chance. Da können wir jetzt am Klima so viel rumrütteln, wie wir wollen, wenn wir nicht eine grundsätzliche Wende hin zur postkapitalistischen Gesellschaft machen. Und das können eben leider nur die zweiten Scientists for Future 2. Die alle anderen werden dabei scheitern, weil sie dieses Know-how dafür nicht haben, sondern werden irgendwas völliges Schlechtes machen, werden wieder Terraneien aufrichten, pseudokommunistische, pseudosozialistische, pseudoplanwirtschaftliche Tyranneien werden am Ende wieder stehen, wenn all diese Unfähigen wieder Hand anlegen an der Gesellschaft und an der Welt. Wir müssen jetzt zum ersten Mal die kompetenten Merkel, Kohle stopp, hopp, 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 Merkel lasst die Profis ran. Wir müssen also zum ersten Mal die richtigen Profis ranlassen, die Könner müssen wir mal ranlassen und nicht die Unfähigen und vor allem nicht die durchschnittlichen. So, ja, also das heißt, wir müssen uns klar sein, der Kapitalismus besteht aus Millionen von Virusmemen, von Irrtumsmemen, die sich als gewinnbringende und gewinnfördernde Irrtumsmeme weltweit ausbreiten und die gesamte Menschheit mimetisch zerstören, beschädigen und am Ende ist das Ergebnis eine drastisch reduzierte Lebensqualität und eine Welt der Kriege, der Selbstmorde, des Übergewichts, der Krebserkrankungen und, 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 also der völligen Lebenszerstörung. Das ist, was geschieht und da können wir das Klima retten, so viel wir wollen. Der Kapitalismus wird auf 999 anderen Ebenen unser Leben weiter zerstören und wir haben im Prinzip mit der Klimarettung gar nichts erreicht, weil die Erdzerstörung, die Gesundheitszerstörung, die Lebensqualitätszerstörung, die Lebensfreudezerstörung, das Wohlfühlen, die Wohlfühlungszerstörung wird immer weiter gehen. So, das heißt, dass uns nicht in erster Linie die einzelnen Lebensmittelskandale mit ihren einzelnen Verbrechern gefährden und dass zum Beispiel der Krankenstand in der Industrie nicht hauptsächlich durch solche schwarzen Schafe in schwindelerregende Höhen getrieben wird, sondern hauptsächlich durch ein Millionenherr von Menschen mit allerbesten Absichten, deren Gehirne aber angefüllt sind mit Abertausenden von Irrtumsmemen, die sie für Wahrheiten halten und aufgrund derer sie uns vergiften, ohne es auch nur im Geringsten zu ahnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also diese Verschwörungstheoretiker, die immer sagen, ja, die Bösen, Reichen und Mächtigen haben sich verschworen, uns alle umzubringen und zu vergiften und so weiter, vergesst das. Es reicht völlig aus, ein Irrtumsmem zu haben, an das man glaubt, um die ganze Menschheit umzubringen. Also man braucht keine böse Absicht. Niemand braucht eine böse Absicht, um die Erde in eine Hölle zu verwandeln. Das geht ganz ohne böse Absichten. Es reicht völlig ein einziges Irrtumsmemen und davon haben wir zigtausende oder Millionen. So, ja, und auch die Köche der Betriebskantinen können so nichts anderes tun, als die Mitarbeiter der Unternehmen, also liebe Unternehmer und Manager, hört, hört. Also auch die Köche der Betriebskantinen können so nichts anderes tun, als die Mitarbeiter der Unternehmen schleichend zu vergiften und langfristig immer kränker zu machen. Denn sie können nur einkaufen, was der Handel an Krankmachendem anbietet und sie können nur Krankmachendes auf die Speisekarte setzen, denn sie halten die Irrtumsmeme in ihren Köpfen, die sie in der Kochausbildung gelernt haben, für wahr und können deshalb kein weniger krankmachendes Essen anbieten. Und diese Horrorgeschichte ist nur eine von mehreren weiteren, viel schlimmeren Horrorgeschichten unseres jetzigen Systems, die erst erzählt werden, wenn diese erste Stufe vollumfänglich verstanden wurde. Also in Wirklichkeit kratzen wir gerade erst einmal sozusagen an der Oberfläche der Schädlichkeit der sozialen Marktwirtschaft hier mit. Die 2. Scientists for Future 2 wollen uns alle nicht überfordern, indem sie die schwierigeren Analysen sozusagen noch geheim halten, weil dann viele Leute das geistig total überfordert sind bei so komplexen Analysen. Ich habe schon mal reinschauen dürfen in die eine oder andere Analyse, da schlackern einem die Ohren. Harmlos dagegen ist noch, das können Sie ja dann selbst nachlesen, denn die nächste ist die Gesundheitssystemanalyse, also wie sich die Irrtumsmeme, die gewinnbringenden Irrtümer im Gesundheitswesen dazu geführt haben, dass das moderne Gesundheitssystem zu einer der gefährlichsten und schädlichsten Sachen in der Menschheit geworden ist sozusagen. Ja, lesen Sie das alles nach und auch wiederum auch im Gesundheitssystem gibt es keinerlei böse Absichten, keinerlei Verschwörer, sondern es reichen ein paar tausend Irrtumsmeme raus, um uns alle mit Chemotherapeutika umzubringen und zu vergiften und krank zu machen. Man braucht nur an ein paar Irrtümer zu glauben. Ja, aber so viel zu heute. Also wir haben jetzt mal einen ganz kleinen, minimalen ersten Eindruck davon, wie gefährlich die soziale Marktwirtschaft, der weltweite Kapitalismus für uns alle ist und das eben einzig und allein für Fridays for Future und Greta Thunberg und für alle deren Kritiker genauso die gesamte Menschheit hat nur eine einzige Chance. Wir müssen endlich uns den klügsten Menschen der Erde zuwenden, den zweiten Scientist for Future 2 und von denen lernen, wie wir die postkapitalistische Gesellschaft aufbauen und damit ein Stück eines echten Paradieses auf Erden. Tschüssi! Und das ist ein Stück und das ist ein Stück und das ist ein Stück